Willkommen liebe Freunde zu der neuen Runde des Star Wars The Old Republic und ich darf heute mal Heiler spielen. Wunderschön. Ich freue mich. Heilen macht ja immer Spaß. Für jemanden fragt, warum habe ich da oben geschrieben, kenne ich, bin Deutscher. Einen hat das Kommando rechts gegeben. Sorry, das war eine der etwas dunkleren Vorlagen. Muss aber auch mal sein. Wenn mich niemand aufhalten will. Drei, zwei, eins. Boom. Ja, wenn mich niemand aufhalten will. Dann opfere ich mal meine Rolle als Heiler. Und hole uns die erste Tür. So einfach kann es gehen. Traumstart, Traumstart. Freunde, so sieht es hier aus. Okay, okay, okay. Oh, wunderschön. Wunderschön, wie wir hier durchkommen. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt ist einer schon auf der anderen Seite. Ja, herrlich. Ganz herrlich. Ich gehe mal mit rüber. Oh, ich bin schon unschlagbar. Ja, ist ja geil. Oh, wenn ich hier schon so bombardiert werde, dann wollen wir doch auch mal was dagegen tun, ne? Ja, ich weiß, ich habe auch noch das Keuto eben reingemacht. Nichtsdestotrotz bevorzuge ich jetzt diese Kombi hier. Ey, aber so kann es zu starten. Vor allem auch mit so einem Team kann man richtig gut arbeiten. So. Jetzt müssen wir hier erstmal weg. Was, die nördliche Bombe sind schon? Ja, leck mich. Oh, man. Ja, wenn wir Deutsche noch was beherrschen, dann ist das Blitzkrieg. Frage ist, schreibe ich den Joke jetzt in den Chat oder werde ich dann wirklich gebannt? Das ist jetzt so die Frage, weil mancher meiner Witze ist ja eh schon... Okay, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich mein's lieb. Deswegen, ja... Problem ist halt, diesen Humor versteht halt nicht jeder. Das ist so ein bisschen so das Problem dabei. Und wenn ich hier wirklich mal gemeldet werde, habe ich halt echt ein Problem. Weil klar, euch kann ich halt sagen, ja, ist halt nicht so schlimm und so. Aber für andere ist das dann halt schlimm in dem Moment. Und wenn die sich dann halt wirklich mal offended fühlen, dann ist halt wirklich das Geschrei groß. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir euch. Zwei, drei Minuten, Deffen, das dürfte ja wohl im Bereich des Möglichen sein. Ja, geh ruhig auf mich. Komm, gib's mir. Komm schon, dich holen wir zurück. Ey, vor allem ist heute in meiner Gegenwart niemand gestorben. Das ist, äh, bemerkenswert. Das geht wahrscheinlich als meine beste Runde in die Geschichte ein. Eigentlich wollte ich die Rakete woanders hinhaben, aber gut. Das nehme ich auch so hin. So, jetzt nur noch eine Minute knapp durchhalten. Sehr hübsch. Gut, hier kommen auch wir. Das heißt, wir bleiben hier, Freunde. Wo auch immer wir gebraucht werden, wir sind da. Schieß ruhig auf mich. Mir macht das nichts ab aus. Und in 20 Sekunden. Und in 20 Sekunden haben wir hier auch noch Todesfälle verhindert. Ja, herrlich. Darauf bin ich stolz auf die Runde. War zwar schnell vorbei, aber... Meine Güte. Dafür hat Gott den Quickie erfunden. Dafür hat Gott den Quickie erschaffen. GG. Und die kriege ich nochmal raus. Einfach, weil ich da gerade Bock drauf hab und weil ich's kann. Hoffentlich kann das gegnerische Team von ihrem Erfolg lernen. Ja, komm, gehen wir mal hier schief. Perpetin, das Ding. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch jetzt gerne von mir verneigen. Oder auch nicht. Gut. Das war's für heute. Das war, glaube ich, die beste Runde, die ich je gespielt habe. Und wahrscheinlich auch die schnellste. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein.